Robert Musil, Tagebuch des Hippolit, etwa 1903. Person, Hippolit, Madeleine, Magritte. In einer Gesellschaft bei F. lernte ich Madeleine kennen. Beim Hingehen sagte mir H., geben Sie Obacht, Sie werden jemand Interessanten kennenlernen, und er nannte den Namen. Man weiß nicht, ob Sie schön ist oder häßlich. Ich fand gleich Anschluss. Ich sagte nichts, was nicht ohne einen kleinen Witz oder Verbeugung gewesen wäre. Auch einige galante Frechheiten sagte ich ihr in die Augen hinein. Ich war in einer guten Stimmung, wie an einem erfolgreichen Abend. Ein kleines Männchen, das Madeleine in der Tombola gewann und unter allerlei Kaprizen herzte, gab leichte Gelegenheit zu beziehungsreichen Scherzen. Beim Abschied vergass sie es. Ich hatte es ihren kleinen Mann genannt und dann auf einem Kaminsims stehen lassen. Ich beklagte mich im Namen des Symbols über die leichtfertige Grausamkeit. Aber wenn man auch meine Sätze nicht geistlos fand, sie reuten mich. Ich hätte nichts sagen und einfach am nächsten Tag ihr das Männchen bringen sollen. Diese Gunst des Augenblicks hatte ich nicht ergriffen. Trotzdem behielt ich die Erinnerung an einen angenehmen, leichten Abend. Später erzählte mir Madeleine, dass ich ihr zu Anfang den Eindruck großer Blasiertheit machte. Das nächste Mal, ungefähr vier Wochen später, gelang es mir, mit ihr in einer ziemlich ungestörten Ecke zu sitzen. Ich entwickelte ihr eine Theorie des Flirt und sprach überhaupt viel von Mann und Weib. Wie sie heute behauptet, weiß sie noch jedes Wort. Dann war ich einmal bei Haas, ihr Tischnachbar, und tags darauf trafen wir uns wieder bei F. Es waren immer Leute um uns, doch trachtete ich in meinen Worten, so persönlich als möglich zu sein. Beim Weggehen bedauerte ich, sie so lange nicht sehen zu können, und erhielt die Erlaubnis, sie zu besuchen. H. erzählte mir auf dem Heimweg mit Achtung von ihrem Ernste. Er findet sie interessant, und würde, wäre er nicht verheiratet, anklopfen, wie er es nannte. Traf sie nicht an. Wenn ich nicht irre, ging sie noch am selben Tag zu Haas, um meine Adresse auszukundschaften. Seither war ich häufig bei ihr zum Tee und ging auch mit ihr spazieren, sprach meist gut, was mich mit großer Freude erfüllte. Eine entscheidende Wendung scheint für mich eingetreten zu sein, als ich die Gedichte von R. hier vorlas. Doch fällt mir eben etwas ein, das älter ist. Als ich einmal abends von ihr kam, fiel mir Valérie ein. Ich vermutete mit Unrecht eine Ähnlichkeit des Typus. An dieses schwere, überreife Fallen, dachte ich. Die Parallele ergriff mich. Ich hatte sofort den Wunsch, die Epoche Valérie zu wiederholen, aber mit aller Erfahrung, was mich damals ziemlich ahnungslos ergriff. In diesem Déjà-Cuenu liegt ein morbider Reiz, etwas krankhaft Intensives. Dies war die erste Bedeutung Madeleines für mich. Ich nahm mir vor, sie zu gewinnen, wollüstig, mit geöffneten Sinnen und verschlossenen Erinnerungen. Die ganze nächste Zeit über sondierte ich, aber die Parallele war falsch. Mein Interesse ermüdete und spannte nur hier und da wieder an. Für einen Gewinn war der Antrieb zu schwach. Dann erst kam jener Nachmittag. Ich lag in einem hohen Stuhl und psalmodierte. Meine Stimme hatte etwas Priesterliches, raues und erregtes, zögernde Inbrunst eines Mariengebets, dazu die Pracht R's. Ohne die Stimmung zu verletzten, erklärte ich. Ich zelebrierte gewissermaßen meine Meinung von der Liebe. Es griff mich bis zur Erschöpfung an. Auch sie. Es war wirklich gelungen, unsere persönliche Beziehung aufs Äußerste zu steigern. Und die Gemeinsamkeit war so, als ob wir eine Nacht zusammen geschlafen hätten. Seither sehne ich mich nach ihr, und sie zeigt mir, dass sie mich liebt. Noch schien es mir anfangs ungewiß. K. redete mir zu, nicht zu zaudern. Selbst ein Fehlschlag ist besser, als es unversucht zu lassen. Aber ich kann nicht. Magritte, ich überlege nicht. Ich mache mir keine Vorwürfe. Aber sie wird es wohl sein, die mir die Kraft raubt. Ich habe kaum mehr etwas zu wagen und greife doch nicht zu. Als wir uns das letzte Mal sahen, fuhr ich Madeleine irgendwo hin. Madeleine sprach nur leicht verschleiert von ihrer Liebe zu mir. Zu meinem Schrecken sehe ich, dass ihre Sätze nicht mehr in meiner Erinnerung sind. Aber sie durchdrangen mich. Es war wie ein Glück, das man kaum begreift. Und ich bat sie fast, mir Zeit zu lassen. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe, dass ich es aber noch nicht wahrhaben will. Sie verreist für acht Tage. Ich bat sie, diese Tage über noch den feinen Genuß der Enthaltsamkeit uns kosten zu lassen. Aber es war nicht Raffinement, nur Feigheit. Jetzt sehne ich mich nach ihr. Marguerite erscheint mir hübscher als vorher, aber ich vermag sie kaum zu küssen, denn nicht mehr in ihr küsse ich mich. Ich will etwas finden, das mir in dieser Angelegenheit Stil und gutes Gewissen gibt. Ich vergaß zu notieren, dass das erste Zeichen meiner Neigung war, dass mir wieder Gedanken von einem langen, verlorenen Typus einfielen. Scheidungsgedanken. Ich muss mich ganz auf Madeleine konzentrieren können. Mit ihr, so als ob es zum ersten Mal in die Welt hinaus ginge. Ich muß mich ganz hingeben können. Ich verbrachte zwei Tage mit Marguerite, aus Feigheit vor ihrem Verdacht. Ich hatte Angst davor, aber alles ging gut. Wenn ich mich an die Sinnlichkeit erinnere, muß ich an gelbe Seide denken, die mich bedeckte. Ich vermochte mich ganz auf den Augenblick zu konzentrieren. Im Ganzen war aber meine Stimmung schwankend, überempfindlich gegen Derbheiten an Marguerite, die ich lange nicht mehr beachtet hatte. Ich muß mich nur der gewissen Fantasien enthalten, mit Madeleine allein im Gebirge oder nachts im Wald oder dergleichen. Gegen Ende wurde meine Stimmung immer günstiger für Marguerite. Zärtlichkeiten sind mir ganz natürlich nur die kindischen Neckereien. Das Klein- und Ausgelassensein geht nicht. Madeleine ist wieder zurück. Es lag etwas Fremdes zwischen uns, Alltagsärger, der in der Zwischenzeit vorfiel. Ich habe keinen rechten Anschluss an sie, dabei Angst, durch meine Künstelei den Augenblick versäumt zu haben. Ich bin entschlossen, mir das nächste Mal Gewissheit zu holen. Gegen Marguerite bin ich fast so, als ob nichts nebenher ginge. Vielleicht deswegen, weil ich nun bestimmt weiß, dass Madeleines Zeit gemessen ist. Diese Gewissheit hat mir übrigens auch Madeleine gegenüber wieder zu einigem Leichtsinn verholfen. Ich war in der letzten Zeit zu sentimental. Heute kam es zu einer Krise. Die Schwierigkeit mit Marguerite türmte sich in mir an und raubte mir alle Freiheit. Ich setzte Madeleine ausführlich meinen Zustand auseinander. Sie schien mich zu ermutigen. Dann kam mir aber wohl der Einfall, dass eine Liebe, an der man so wirkt, keine Leidenschaft ist. Und sie will mitgerissen werden ins Unendliche. Endlich hatte ich alles herausgebracht. Ich war ganz warm. Ich hatte mein Leben vor Madeleine ausgebreitet, wie sich ein Bub vor eine Frau wirft. Sie sprach plötzlich so freundschaftlich. Ich wurde vorsichtig und formulierte sehr umständlich, ob sie glaube, aus ihrem jetzigen Zustand Neigung werden können zu lassen oder dergleichen. Nein, Neigung reißt sofort mit. Da gibt es kein Fragen. Unbeschreibliches Gefühl der Enttäuschung. Plötzlich verkehrte Perspektive. Aufsteigender Zorn. Sofort Erinnerung, dass mich dieser Augenblick nicht stillos verlassen dürfe. Ruhige, analysierende psychologische Worte. Ich zerlegte unsere Beziehungen, zeigte, was mich zu meinem Glauben veranlasste, bat um Aufklärung. Ich kenne sie noch so wenig, hatte sie unter anderem gesagt. Daran erinnerte ich sie, wie mir einfällt, noch nicht. Im Übrigen hatte sie sich schlecht ausgedrückt. Sie hat Neigung zu mir und kämpft, um es zu unterdrücken, weil sie sich vor meiner Moral fürchtet. Von dem Augenblick der Ablehnung an war ich wie von einer Last befreit. Sofort Herr der Situation, konnte ihre Hand fassen, konnte ihren Arm nehmen, redete in allen Tönen zu ihr, die ich die ganzen Tage nicht fand. Alle Zärtlichkeiten, die vor mir gewichen waren, waren nun da, und sie fanden einen ungehinderten natürlichen Ausdruck. Sie zitterte, hatte Tränen in den Augen. Wir waren sehr lieb miteinander, behandelten dieses Verhältnis wie etwas leicht Zerbrechliches, sehr Sonderbares, mit dem man sich feine Mühe geben müsse, behandelten als etwas Selbstverständliches. Auf dem Nachhauseweg allein kam ich manchmal in frivole Stimmung und unvermittelt wieder in ganz Heilige. Aber dieses Heilige mit dem Bewusstsein eines bloß augenblicklichen, fast nur andeutenden Genusses war wohl die eigentliche Quelle des Frivolen. Übrigens scheint unsere Beziehung durchaus noch nicht fest zu sein. Ich habe um ihre Hand angehalten. Denken Sie nur, ich bin ich nicht ein Staatsbürger und habe einen Korb bekommen. Meine Würde brachte mir keine Gefahr. Was für eine reizende Exkursion. Ich wurde so fröhlich auf diesen Korb hin, so zärtlich zu ihr. Solche Sprünge versteht sie wohl nicht. Solche lustigen Herren. Psychologische Nachwirkung, Schlaflosigkeit. Herrliche Nacht im finsteren Zimmer. Am Divan unter einer Reisedecke geschlafen. Schrieb langen Brief an Madeleine. Im Anfang wie eine Fortbildung des Stils der Valerie-Zeit. Später in dem von der Leidenschaft handelnden Teil Neues. Es wurde mir klar, dass ich nicht ganz untertauchen kann, dass meine Leidenschaft eines Untergrundes von Resignation braucht, dass Leidenschaft für mich nur eine Kaprice sein kann, an die man nicht ganz glaubt, nach der man sich aber ganz sehnt. Schrieb in großem Fieber, der gewisse Sturm ohne Wollen, nachher Apathie. Ein paar Tage später Spaziergang, ganz ohne Kontakt. Zum Schluss, in dem Bemühen doch noch Anschluss an mich zu finden, kam ich mir beinahe lächerlich vor. Merkwürdig war, wie heute eine Zärtlichkeit für Margrit in mir aufschoss. Sah sie plötzlich als armes, krankes Mädchen und das Mitleid ging den gewohnten Weg der Liebe. Merkwürdig, dass ich ihr gegenüber jeder Regung nachgeben kann, gegen Madeleine jedoch nicht. Sehr sonderbarer Tag. Nachmittag bei Madeleine. Sie wollte singen. Ich hatte die alten Lieder aber nicht bekommen können. Mattgraues, verschlossenes Zimmer. Sie kniete bei mir. Sie stand ganz dicht über mir. Sie lieb dieses Stille an mir. Ich konnte mich nicht rühren. Banalitäten fielen mir ein. Ich küßte nur ihren Arm, streichelte ihn, streichelte mein Gesicht mit seinem weichen, schwarzen Pflaumen. Musste weggehen, war der Situation nicht gewachsen. Sie war voll verhaltener Leidenschaft, sprach metallisch und plötzlich mehr als sonst. Ich glaube, daß ich sie nicht verstehe. Und mich? Will sie geheiratet werden? Selbst dieses Gedankens war ich fähig. Überhaupt, es war ein Glück und fast eine Verlegenheit. Ob ihr nicht die Knie wehtun in der unbequemen Stellung? Sogar das fiel mir ein und wurde wichtig, denn alles kam mir plötzlich unnatürlich und gewollt vor. Ist das Liebe? Es kann es sein. Nur traf zufällig eine Kulmination mit einer Depression zusammen. Maschas. Es hat sich mehr los geridianen, solange dasőlag 정도 erinnern können? Bis dahin!